Hey Leute, ich stelle jetzt ein paar Putzzubehör für Pferde vor, also Putzsachen. Ja, wir fangen an mit diesem schönen Halfter, das ist von Amazon, kein Plan, der weiß. Und hier ist halt ein Führstrick mit einem Panik-Karten. Dann kommen wir hier zum nächsten Halfter mit so einer Glücksbringer-Marke. So, dann kommen wir hier.